Ja, Sie haben jetzt ja schon einige Zeit die Folie gesehen. Da steht Moin drauf. Moin aus Hamburg. Ich weiß zwar, dass ich virtuell zur Zeit in Baden-Württemberg bin, aber rein physikalisch sitze ich in meinem Büro in Hamburg. Da dachte ich mir, dass diese im Norden typische Begrüßung angemessen sein könnte. Herr Rosner hat mich netterweise zu diesem kleinen Vortrag eingeladen. Dafür erstmal herzlichen Dank. Und der Anlass dafür, das hat er eben ja schon gesagt, war ein Podcast von Spektrum der Wissenschaft, der am Silvestertag im letzten Jahr ausgestrahlt wurde. Ich muss dazu erstmal ein paar Worte sagen, um die Ausgangssituation klarzustellen. Es ist offenbar so, dass die letzten Wochen des Jahres für die Spektrum-Redaktion so eine Art saure Gurkenzeit sind. Und man suchte dann für diesen Zeitraum nach Themen bzw. Gesprächspartnern. Und meine Lektorin im Springer-Verlag schlug mich vor. Und ich fand die Idee, in so einem Rahmen über Mathematik zu sprechen, auch ganz verlockend. Allerdings war mir nicht ganz klar, worüber man sprechen sollte, weil man über mathematische Inhalte ja eigentlich schlecht reden kann, wenn man keine Grafiken oder Formeln oder sowas zeigen kann. Daher habe ich dann vorgeschlagen, wir könnten ja mal darüber reden, warum so wenige Menschen Mathematik mögen. Während es andererseits eine kleine Minderheit gibt, zu der ich mich zum Beispiel zähle, die Mathematik sehr gerne mag. Und im Laufe des Gesprächs habe ich dann diese sehr weit verbreitete Abneigung unter anderem darauf zurückgeführt, dass die einzige Beziehung, die die meisten Menschen zur Mathematik haben, die Zwangsernährung in Schule und Studium ist. Und das ist wiederum der Grund dafür, nicht etwa der ist, dass Mathematik so wichtig ist, sondern dass man mit diesem Fach so gut prüfen und aussieben kann. Und darum habe ich in diesem Gespräch provokativ angeregt, dass man das Fach Mathematik ebenso gut größtenteils abschaffen könnte, weil fast niemand was lernt und fast niemand Mathematik braucht. Und aus fast 40 Minuten Gespräch hat die Redaktion dann die Überschrift gemacht, die sie hier sehen. Und zack gab es einen kleinen Medienhype unter dem Motto, Mathe-Prof will Mathe abschaffen. Zum Glück dauert es so immer nur ein paar Tage, aber trotzdem hätte ich wahrscheinlich, wenn ich das vorher gewusst hätte, dem Podcast entweder gar nicht zugesagt oder meine Worte ein bisschen vorsichtiger gewählt. Jedenfalls möchte ich nicht als jemand wahrgenommen werden, der eine bildungspolitische Agenda hat oder meint, so etwas wie den Stein der Weisen im Keller zu haben. Ich hoffe, dass durch das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, deutlich wird, dass mein Ziel nicht die Abschaffung der Mathematik ist, sondern mehr Mathematik. Daher erstmal diese kleine Folie als Vorstellung und als Ersatz dafür, dass ich hier im Büro keine Kamera habe. Ich bin selbst Mathematiker und ich bin seit über zehn Jahren Professor für Mathematik an der HAW Hamburg. Und seit etwa fünf Jahren betreibe ich einen für meine Verhältnisse recht erfolgreichen YouTube-Kanal, über den ich, wenn man dem Feedback glauben kann, viele Menschen dazu bringe, sich freiwillig mit Mathematik zu beschäftigen. Und ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben, die teilweise ähnliche Ziele verfolgen. Nachdem ich Herr Rosner eingeladen und ein bisschen darüber informiert hatte, was Sie in dieser Runde machen, habe ich überlegt, was ich Ihnen überhaupt erzählen kann. Ich habe zwar, wie gesagt, keine Agenda, aber ich beschäftige mich seit Jahren eigentlich sehr intensiv mit der Frage, wie man Mathematik am besten an den Mann oder an die Frau bringt. Leider habe ich zwar inzwischen jede Menge an Erfahrung, aber ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Eigentlich weiß ich nur, wie es nicht geht. Und davon möchte ich hauptsächlich berichten. Also so quasi eine anekdotische Reportage aus dem Hochschulbereich. Ich habe als Überschrift die Frage gewählt, ob das Lehren von Mathematik eine Sisyphos-Arbeit ist. Wenn man im Duden diesen Begriff nachschlägt, dann steht dort einerseits sinnlose vergebliche Anstrengung und andererseits steht da schwere nie ans Ziel führende Arbeit. Ich meine nicht die erste Bedeutung, ich meine die zweite. Ich halte unsere Arbeit nicht für sinnlos und auf jeden Fall nicht immer für vergeblich, aber ich halte sie für schwer und ich glaube, dass wir nur in ganz seltenen Fällen unser Ziel erreichen. Und dann habe ich, um das noch ein bisschen klarer zu machen, unten rechts noch mein Lieblingszitat von Albert Camus hingeschrieben. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. So sehe ich das nämlich auch. Ich bin manchmal frustriert und meckere auch gelegentlich, aber auch nach zehn Jahren mache ich meinen Job immer noch sehr gern. Und in dem Sinne soll das, was ich jetzt in den folgenden Minuten sage, auch nicht als Beschwerde rüberkommen, sondern als Bestandsaufnahme. Und die Überschrift, die Sie hier sehen, endet ja mit einem Fragezeichen. Und mein Vortrag wird dann auch mit Fragen enden und nicht etwa mit Thesen oder Vorschlägen. Aber ich sage erst mal ein paar Worte zur Ausgangslage. Die HAW Hamburg, an der ich unterrichte, ist eine Fachhochschule. Früher hieß sie auch so, Fachhochschule Hamburg. Aber das Wort ist ja inzwischen so ein bisschen verpönt und die ehemaligen Fachhochschulen tun gerne so, als wären sie kleine Universitäten. Es ist allerdings auch so, dass heutzutage, soweit ich weiß, ungefähr ein Drittel aller Studierenden an Fachhochschulen immatrikuliert sind. Das ist also schon ein wichtiger Bestandteil der Hochschullandschaft. Und in Städten wie Hamburg führt das dann dazu, dass Fachhochschulen ganz schön groß sein können. Wir haben circa 17.000 Studierende. Ich glaube, wir sind eine der fünf größten Fachhochschulen in Deutschland und sind damit so groß wie eine durchschnittlich große Universität. Für die folgenden Ausführungen ist es aber am interessantesten, wer an Fachhochschulen studiert. Es hat wahrscheinlich mal Zeiten gegeben, zu denen ein FH-Studium sowas wie ein Studium zweiter Klasse war. Und vielleicht ist es auch heute noch so, dass die besten Schülerinnen und Schüler jedes Jahrgangs eher an eine Uni gehen. Aber mein eigener Eindruck, das kann ich jetzt statistisch nicht belegen, aber wenn ich mir zum Beispiel den Abi-Jahrgang meiner Tochter angucke, ist, dass es keine signifikanten Berührungsängste gibt. Dass beide Hochschulformen von der Mehrheit der Studienanfänger als ungefähr gleichwertig angesehen werden. Und dass für die Wahl des Studiums eigentlich eher entscheidend ist, welche Fächer angeboten werden oder der Wohnort oder andere Aspekte. Bei uns haben mehr als drei Viertel unserer Studierenden Abitur. Fast alle anderen haben die Fachhochschulreife. Es gibt auch die Möglichkeit, ohne so einen Schulabschluss an einer FH zu studieren. Aber dafür gibt es kleine Quoten und die paar Menschen, die das dann machen, die kann man, glaube ich, statistisch vernachlässigen. Ich glaube, das sind ein oder zwei pro Semester, wenn es hochkommt. Also die überwiegende Mehrheit der Erstsemester, die jedes halbe Jahr vor mir sitzen, kommt frisch von der Schule und fast alle haben gerade Abitur gemacht. Und ein weiteres wichtiges Faktum, um das zu verstehen, was ich ausführen will, ist, dass meine Studierenden nicht Mathematik studieren. Denn es gibt einige wenige Fachhochschulen, zum Beispiel Berlin und hauptsächlich sind die in Süddeutschland, an denen man Mathematik studieren kann. Und das ist dann in der Regel angewandte Mathematik. Aber leider gehört die HAW Hamburg nicht dazu. Ich unterrichte Menschen, die sich für das Fach Medieninformatik entschieden haben und bei denen dann Mathematik als Pflichtfach auf dem Stundenplan steht. In meinem Fall sind das immerhin drei Semester. Und ich bezeichne das halb im Scherz immer als Zwangsmathematik. Und bei all den Dingen, die ich im Folgenden sage, geht es eigentlich auch um Zwangsmathematik. Also nicht um die paar Studierenden, die sich freiwillig für ein Studium der Mathematik entscheiden, sondern um die große Mehrheit, die etwas ganz anderes studieren will. Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik wie bei mir, Volkswirtschaftslehre, Psychologie. Es gibt ganz viele Fächer, zu deren Curriculum dann aber Grundlagenmodule in Mathematik gehören. Und dann noch ein Satz zur Unterrichtssituation. Wir sind zwar mit 17.000 Studierenden fast schon sowas wie eine Massenhochschule, aber die Gruppengrößen sind vergleichsweise klein. Also ich habe Mathematik an einer Uni studiert und in den ersten Vorlesungen im Audimarkt saßen wir mit mehr als 300 Leuten rum. Sowas gibt es bei uns nicht. Also solche Räume haben wir gar nicht. In dem Studiengang, in dem ich unterrichte, gibt es pro Semester 40, maximal 50 Neuimmartikulierte. Nach ein paar Wochen lichtet sich das üblicherweise noch ein bisschen. Also haben wir so Gruppengrößen, von denen ich sagen würde Pi mal Daumen, wie in der Schulklasse. Ich werde anfangen mit einem Abschnitt, den ich scherzhaft Galerie der Schande genannt habe. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele dafür zeigen, womit ich täglich so zu kämpfen habe. Und da muss ich auch zur Vermeidung von Missverständnissen ein paar Sätze vorweg schicken. Erstens, ich zeige Ihnen typische Beispiele, nicht jetzt irgendwelche besonders herausgepickten Perlen. Also was gleich folgt, trifft natürlich nicht auf alle Studierenden zu, aber leider auf sehr viele. Und ich erlebe es eigentlich auch jede Woche. Zweitens sind diese Beispiele nicht so gemeint, dass ich jetzt der Schule vorwerfen will, was sie nicht leistet, sondern bei der Hälfte der Sachen, die ich Ihnen zeige, geht es um Stoff, den ich selbst gelehrt habe, der dann aber ein paar Wochen oder Monate später wie durch Zauberei wieder weg ist. Und das, was ich eben gesagt habe, passt auch in verschiedenen Varianten zu einem weit verbreiteten Zitat von Studierenden, das ich gern höre, das haben wir nie gehabt. Also wenn Sie fragen, ob Thema X im Schulunterricht vorkam, erhalten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Antwort Nein, obwohl Sie denken, das müsste doch eigentlich in der Schule dran gewesen sein. Und in der Hochschule ist das dann auch nicht anders. Ich unterrichte beispielsweise im ersten Semester ausführlich modulare Arithmetik, weil ich weiß, dass das im vierten Semester wieder gebraucht wird. Und der Kollege, der dann im vierten Semester Kryptografie liest, berichtet mir regelmäßig, dass die Studierenden davon scheinbar noch nie etwas gehört haben. Und im Masterstudium ist es dann auch nicht anders. Wenn man dann im Master die Leute nach bestimmten Themen fragt, dann kamen die garantiert nicht im Bachelorstudium vor. Also es scheint schon so zu sein, dass nach jeder Prüfung das Gedächtnis gründlich durchgespült wird. Auf Prüfung komme ich noch zurück. Aber jetzt kommt erst mal diese sogenannte Galerie der Schande. Das erste Beispiel hat mich sehr nachdrücklich geprägt, weil das gleich in meiner ersten Woche als HAW-Professor passiert ist. Ich hatte da Studierende übernommen, die schon im zweiten Semester waren. Also die hatten schon ein Semester Mathematik hinter sich. Und ich habe eine Umformung an die Tafel geschrieben, eine Ungleichung. Mir schien das völlig klar zu sein. Und dann wurde aus dem Auditorium gefragt, wieso man das denn machen dürfe. Und dann war ich erst etwas überrascht und habe dann als Gegenfrage in die Runde gefragt, was denn größer sei, 1 durch k oder 1 durch k plus 1? Keine Antwort. Daraufhin war ich etwas irritiert und habe gedacht, okay, fragst du ein bisschen was Einfacheres. Und habe dann gefragt, nehmen wir mal ein Beispiel, 1 Sechstel oder 1 Siebtel, was ist größer? Und es kam wieder keine Antwort. Dann habe ich mir einfach einen in der ersten Reihe herausgepickt und habe ihn direkt gefragt, können Sie mir das sagen, was ist größer, 1 Sechstel oder 1 Siebtel? Und darauf hat er seinen Taschenrechner rausgeholt. Das hat mich wirklich sehr geprägt. Also das war mein erster Eindruck in der ersten Woche in meinem Unterricht hier. Das zweite Beispiel jetzt, ich habe einfach so ein paar typische rausgegriffen. Ich habe inzwischen so eine kleine Liste, wo ich die sammle. Auf meine Frage, was x hoch 3a mal x ist, wie man das vereinfachen kann, kam die Antwort, das ist x hoch 3a plus 2. Und dann habe ich etwas sparsam geguckt und habe gesagt, wo denn die 2 herkäme. Und die Antwort war, die 2 würde ja zweimal da stehen in dem Produkt. Darum die 2. Und das hier, auch ein Klassiker, kommt in jeder Klausur vor. Es gibt, glaube ich, so eine Eselsbrücke, die sagt, dass das mit den Differenzen und Summen nur die Dummen machen. Aber es machen jedenfalls sehr viele. Und das hier fand ich auch sehr lustig. Das wäre vielleicht mal eine statistische Untersuchung wert, ob sich etwas ändern würde, wenn der zweite Term nicht BA, sondern AB hieße. Ob da etwas anderes rauskäme. Aber jedenfalls kommt manchmal, wenn man das ausrechnet, offenbar 8 raus. Ich bin inzwischen so weit, dass ich, wenn ich Umformungen an der Tafel mache, das immer wirklich ganz langsam und kleinteilig mache und hoffe, dass auch alle folgen können. Und bei diesem Schritt zum Beispiel, das hatte ich gerade vor ein paar Wochen, gab es dann aber doch noch mal eine Rückfrage, nämlich wie es sein könnte, dass aus dem Minus auf einmal ein Plus geworden sei. Da hätte ich mich doch sicherlich verschrieben. Und ich gehe da kurz nachher noch drauf ein. Wir erlauben den Studierenden auch Computer einzusetzen im Unterricht. Die sind sogar ein integraler Bestandteil des Unterrichts. Das funktioniert natürlich nur, wenn man Prioritäten erkennen kann, zum Beispiel so etwas wie Punkt-vor-Strich-Rechnung. Also wenn an der Tafel der Bruch oben steht und Sie geben in Ihrem Programm das unten ein, dann nützt natürlich der beste Computer nichts. Das ist leider so. Und dies ist hier etwas, was ich in einer mündlichen Prüfung mal gehabt habe. Dazu muss man vorher sagen, das, worum es hier eigentlich geht, haben wir vorher besprochen, hergeleitet und an Beispielen geübt. Es ging halt darum, periodische Dezimalbrüche in Brüche umzuwandeln. Und der Prüfling hat dann also gerechnet, ein Neuntel, das war ja von der Idee her noch richtig, plus 0 Zehntel, wie Sie hier sehen. Dann hat er ganz brav 0 Zehntel und ein Neuntel auf einen Nenner gebracht, kam auf 10 Neunzigstel. Nach einigem Überlegen hat er das dann noch gekürzt und hat sich eigentlich auch nicht so richtig gewundert, dass das ein Neuntel, was vorhin schon mal dastand, wieder dastand. Das war dann die Antwort. Und dann noch geometrische Themen spielen bei uns ab dem zweiten Semester eine wichtige Rolle, weil das auch für die Computergrafik vorbereiten soll. Wenn Sie so eine Aufgabe stellen, rechtwinkliges Dreieck und mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen Längen in so einem rechtwinkligen Dreieck ausrechnen, das weiß kaum jemand. Von denen, die frisch von der Schule gekommen sind. Und wenn Sie das dann im zweiten Semester schwerpunktmäßig gemacht haben, es wurde wiederholt und noch mal geübt und sogar in der Klausur geprüft und das kommt dann im dritten Semester wieder vor, dann weiß es wieder keiner. Und die paar, die es wissen, die haben dann vergessen, dass man auf Computern und in der Mathematik normalerweise Bogenmaß nimmt und dass sie nicht einfach irgendeine Gradzahl eingeben können. Das heißt, das senkt dann noch mal die Quote der Leute, die so etwas korrekt bearbeiten können. Und hier bei den letzten Beispielen geht es auch um etwas, das ich selbst gelehrt habe. Im ersten Semester kommen bei mir ausführlich Stellenwertsysteme vor und die Darstellung von Zahlen im Computer, Dezimalsystem, Binärsystem und so weiter. Und im dritten Semester, wenn die Analyse dran ist und wenn es zum Beispiel um Logarithmen geht, stelle ich dann manchmal diese Frage, wie viele binäre Stellen brauche ich, wenn ich ungefähr 9 Millionen Dezimalstellen habe. Und dann bekomme ich manchmal Antworten wie 23 oder 24. Offensichtlich falscher Ansatz. Was ich aber eklatanter finde, ist die Diskrepanz zwischen dem berechneten Ergebnis und dem, was da steht. Also wie kann etwas, was 9 Millionen Dezimalstellen hat, 24 Binärstellen haben, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Und noch besser ist natürlich diese Antwort, die auch mal kam, dass es 23,16 Binärstellen sind, weil in der Aufgabe die Rede war von auf zwei signifikante Stellenrunden. Das sind wieder zwei signifikante Stellenrunden. Okay, also Sie sehen das Problem, ja. So, und als Abschluss dieses Abschnitts zwei Punkte, die wohl am ehesten den Bereich betreffen, um den Sie sich konkret bemühen. Wie steht es eigentlich mit dem selbstständigen Denken? Ich muss vorsichtshalber noch mal dazu sagen, das geht natürlich nicht um alle Studierenden, ist klar. Wir haben auch ein paar, die sehr erfreulich und sehr clever und gut sind. Aber meine These ist schon, dass auf jeden Fall viele Schulabgänger bei uns so eintreffen, dass sie nur Dinge können, die ihnen schon einmal exakt so vorgeführt wurden und dass sie das auch erwarten und in den Situationen, in denen sie dann selbst denken und etwas entwickeln müssen, total überfordert sind. Ein Beispiel dafür ist eine Aufgabe, die in Variationen mehrfach in Klausuren vorkam. Da geht es um den binomischen Lehrsatz. Der steht ja hier. Der wurde natürlich in der Vorlesung hergeleitet. Der wurde an Beispielen durchgerechnet, ausführlich begründet, mit Grafik dazu und so weiter. Dann kam in der Klausur diese Aufgabe. Und dazu muss ich jetzt mehrere Sachen sagen. Erstens, in der Klausur ist ein Computer erlaubt. Das habe ich ja schon gesagt. Zweitens haben die in der Klausur das Buch zur Verfügung. Das heißt, sie brauchen nichts auswendig zu lernen. Sie können den nachschlagen. Und drittens stand als Hinweis bei der Aufgabe, dass man den binomischen Lehrsatz benutzen darf. Das haben 30 Prozent geschafft, diese Aufgabe zu lösen. Zwei Semester später habe ich die Aufgabe nochmal gestellt. Und dazu muss ich hinzufügen, dass die Studierenden Zugriffe auf die ganzen Altklausuren haben. Weil ich weiß, dass die sowieso unter der Hand weitergereicht werden, habe ich die Politik, dass die einfach die ganzen alten Klausuren kriegen, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Das heißt, die wussten, dass so eine Aufgabe schon mal dran gewesen ist, konnten sich darauf vorbereiten. Ich habe aber gemeinerweise die Eins durch eine Zwei ersetzt. Und damit ist die Quote auf 40 Prozent gestiegen. Und bei vielen, die das falsch hatten, war ganz offensichtlich zu sehen, dass sie einfach das gemacht haben, was man bei Eins hätte machen müssen. Das heißt, die haben nicht gesehen, was sie tun müssen, sondern haben nur aus einer Altklausur sich wahrscheinlich von irgendjemandem erklären lassen, was man dann in den Computer eintippen muss. Und dann habe ich das ganz frech im Folgesemester nochmal gemacht. Inzwischen hatten die Zugriff auf zwei alte Klausuren. Das heißt, die wussten, die Aufgabe wurde schon zweimal gestellt und sie konnten auch sehen, dass die zweimal unterschiedlich gestellt wurde. Diesmal war das gemeine, dass eine 3 vor dem X stand. Das heißt, es kam die Zusatzkomplikation hinzu, dass man, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Prioritäten erkennen muss und wissen muss, dass sowohl die 3 als auch das X potenziert werden. Und das haben sage und schreibe 0 Prozent lösen können, diese Aufgabe von 40 Teilnehmern. Das ist also schon ein bisschen traurig. Und als allerletztes Beispiel noch diese Aufgabe. Die kommt in ähnlicher Form fast jedes Semester vor. Wir haben immer begleitend zur Vorlesung Übungen und in diesen Übungen wird in Kleingruppen programmiert. Die sollen so kleine mathematische Programme in Python schreiben. Und diese Aufgabe ist Teil einer Übung, die regelmäßig in der ersten Hälfte des zweiten Semesters vorkommt. Also das heißt, die Studierenden sind schon seit über einem Semester da. Die haben schon ein Semester Mathematik mit Python gehabt und die haben auch schon ein Semester in einer anderen Programmiersprache gehabt, weil das ja ein Informatikstudium ist. Trotzdem, wenn ich mit meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter rede, der diese Übungen betreut, ist es so, dass jedes Mal mehr als die Hälfte der Teilnehmer große Schwierigkeiten hat, einfach ein Intervall in eine vorgegebene Zahl gleich großer Stücke zu zerlegen. Was mir die einfachste Sache der Welt zu sein scheint, aber es ist offensichtlich sehr schwierig. Ja, ich könnte noch viele solcher Beispiele bringen. Stattdessen erzähle ich Ihnen lieber eine kleine Anekdote, die ich in diesem Zusammenhang ganz passend finde. Es geht um die hier abgebildeten David Hilbert und Hermann Weil. Die werden Sie kennen. Das sind zwei sehr berühmte Mathematiker, die vor rund 100 Jahren aktiv waren. Weil rechts hat bei Hilbert studiert und auch promoviert und war wohl einer seiner Lieblingsschüler angeblich. Und als Weil dann später selbst lehrte, soll er einmal frustriert über die Lernfortschritte seiner Studenten gewesen sein. Und Hilbert gefragt haben, wie oft man denn etwas sagen müsse, bis das Auditorium es verstünde. Fünfmal, Hermann, fünfmal, soll Hilbert gesagt haben. Und dann soll er noch gesagt haben, bei besonders talentierten Studenten wie Weil würde dreimal ausreichen. Das erzähle ich Ihnen deshalb, weil damals Göttingen, wo die beiden tätig waren, sowas wie das Weltzentrum der Mathematik war, das heißt, ich gehe davon aus, die Studenten, über die sich Weil beschwert hat, waren zu der Zeit so eine Art Crème de la Crème. Und trotzdem hat es offenbar nicht gereicht, irgendwas nur einmal zu erklären. Und selbst nicht bei einem Studenten wie Weil, laut Wikipedia, einem der einflussreichsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Darum ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich bei sowas auch mal an die eigene Nase fasst. Das mache ich jetzt mal. Auf meinem YouTube-Kanal, den ich vorhin erwähnt habe, veröffentliche ich ab und zu Videos zu mathematischen Themen, die mit meinem Curriculum gar nichts zu tun haben und für die ich auch kein Experte bin, sondern ich picke mir dann Dinge raus, die in meinem Studium vielleicht gar nicht vorkamen oder mit denen ich mich noch nie intensiv beschäftigt habe. Und ich mache das deshalb, weil ich dabei was lerne und weil mir das Spaß macht. Ich lese mich in der Thematik gründlich ein und versuche, das so weit zu bringen, dass ich guten Gewissens darüber was erzählen kann und das Gefühl habe, dass das didaktisch halbwegs gelungen ist. Die Frage ist, wie sieht das ein paar Jahre später aus? Ich habe hier mal exemplarisch ein Video genommen über den Jordanischen Kurvensatz, das ich vor über zwei Jahren gemacht habe. Und ganz ehrlich, wenn Sie mich jetzt danach fragen würden, dann würde ich zwar nicht behaupten, dann niemals von gehört zu haben, aber wenn Sie mich jetzt bitten würden, den Beweis selbst in groben Zügen zu skizzieren, dann könnte ich das so aus dem Stand nicht. Und wenn ich mich also teilweise darüber amüsiere, was die Studierenden alles so vergessen, dann muss ich natürlich gleichzeitig zugestehen, das geht mir auch so. Also mein Vorteil ist natürlich, bei den Dingen, die ich täglich lehre, übe ich von Berufswegen diese Sachen auch täglich. Und wenn ich das zehn Jahre lang gemacht habe, jedes Semester wieder, bin ich natürlich in einem ganz anderen Status. Aber bei den Dingen, die ich nur einmal gesehen habe, bin ich vielleicht auch nicht besser, als die, die vor mir sitzen. Aber jedenfalls muss man mit Sicherheit dafür sorgen, dass die Studierenden sich mit Mathematik beschäftigen, damit man überhaupt einen erkennbaren Erfolg erzielt. Und die Frage ist natürlich, wie? Ich habe in den letzten zehn Jahren schon viele verschiedene Ansätze durchprobiert und möchte jetzt zu einigen jeweils kurz was sagen. Ich kann Ihnen keine statistischen Auswertungen anbieten und ich muss auch sagen, dass ich gegenüber Evidenzbasierung, zumindest in den Erziehungswissenschaften, eher skeptisch eingestellt bin. Aber ich kann vorweg schon mal meine ganz unwissenschaftliche Zusammenfassung der Ergebnisse sagen, das hat alles nicht viel gebracht. So eine durchgängig zu beobachten Tendenz ist, dass freiwillige Angebote im Allgemeinen schlecht bis gar nicht angenommen werden. Wir haben regelmäßig Befragungen der Studierenden und da wird dann häufig der Wunsch geäußert, weil das eins der Ankreuzfelder ist, dass man im Laufe des Semesters gerne mehr Feedback über den eigenen Lernfortschritt hätte. Wenn Sie dieses Feedback aber anbieten in Form von freiwilligen Hausaufgaben oder Tests, Betonung auf freiwillig, dann macht es keiner. Deswegen haben wir vor einigen Semestern Prüfungsvorleistungen eingeführt. Das ist so ähnlich wie das, was wir vorher gemacht haben, nur jetzt verpflichtend. Und weil es jetzt verpflichtend ist, wird es natürlich auch gemacht. Aber dadurch ist es dann wieder ritualisiert und dann geht es den Studierenden im Endeffekt nur noch um die erzielte Punktzahl. Das heißt, diese ursprüngliche Idee Feedback des Lernfortschritts können Sie dann eigentlich wieder vergessen, weil es darum geht, schaffe ich die Prüfungsvorleistung. Was ich auch schon sehr lange mache, ich würde sagen, seit nahen neun Jahren sind Videos. Die Idee war Nachbereitung des Unterrichts oder vielleicht auch Wiederholen schwieriger Inhalte. Das Ergebnis ist zumindest bei vielen nicht Ergänzung, sondern Alternative zur Vorlesung. Wir haben ja keine Anwesenheitspflicht und wenn es dann am Abend vorher spät geworden ist und draußen ist es kalt, dann kann man natürlich auch einfach das Video angucken, statt zur Vorlesung zu gehen. Ob das jetzt wirklich immer die beste Idee ist, das weiß ich nicht, aber das ist halt der Effekt von der Sache. Ich habe selbst für meine eigenen spezifischen Bedürfnisse mir zwei Audience Response Systeme programmiert, die ich auch regelmäßig im Unterricht einsetze. Die werden vergleichsweise gut angenommen. Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Einmal ist es anonym und zweitens fühlt sich das nicht wie zusätzliche Arbeit an, weil man ja ohnehin in der Vorlesung sitzt. Dann muss man halt einfach sein Handy rausholen und da was machen. Wird vergleichsweise gut angenommen, bedeutet aber auch eigentlich nur, na sagen wir mal, zwei Drittel der Anwesenden macht da mit. Das heißt, ein Drittel macht nicht mit. Ein Konzept, was ich eigentlich prinzipiell von der Idee her für sehr vielversprechend halte, ist Peer Instruction. Aber mein Eindruck ist, dass ich es jedenfalls nicht schaffe, unsere Studierenden auf das dafür nötige mathematische Niveau zu bringen. Dieses Format Peer Instruction funktioniert eigentlich nur dann richtig, wenn man halbwegs vernünftige fachliche Diskussionen führen kann. Und wenn ich dann mal so durch die Reihen gehe und Mäuschen spiele und höre, was die diskutieren, dann ist das keine fachliche Diskussion. Das ist inhaltlich zu schwach und nicht so, wie dieses Format eigentlich mal gedacht war. Weil ich in einem Informatikstudiengang unterrichte, setze ich seit einigen Jahren verstärkt Computer ein. Meine ursprüngliche Hoffnung war, dass die Studierenden dadurch eher eine Affinität zur Mathematik erkennen können und so durch selbstständiges Programmieren Zusammenhänge erkennen, die Algorithmen selbst mal schreiben, besser durchdringen und so. Ich würde sagen, diese Hoffnung hat sich auch nicht erfüllt. Einerseits ist es so, dass die schwachen Studierenden eine zusätzliche mentale Belastung haben, weil sie jetzt auch noch programmieren lernen müssen. Und die Besseren, die sind dann oft trotzdem nur auf dem Level, dass sie irgendwelche unverstandenen Codeschnipsel kopieren, zumindest unverstanden im Bereich, wo es um Mathematik und nicht ums Programmieren geht. Und schließlich, das hat sich jetzt durch Corona ergeben, ich habe das jetzt aber auch weitergemacht, obwohl wir schon seit längerer Zeit wieder Präsenz haben, habe ich angefangen mit dem sogenannten Inverted Classroom-Format. Da ist mein vorläufiges Fazit nach, sagen wir mal, zweieinhalb Semestern, dass deutlich weniger als die Hälfte jedes Jahrgangs so arbeitet, wie man das eigentlich bräuchte für Inverted Classroom. Das würde ja bedeuten, dass man sich vernünftig und punktgenau vorbereitet. Und selbst bei denen, die sich regelmäßig vorbereiten und mitmachen und die guten Willens sind, ist es so, dass nicht im Unterricht eine Vertiefung möglich ist, so war das ja mal eigentlich intendiert, sondern dass man die meiste Zeit damit beschäftigt ist, Missverständnisse auszuräumen, die beim selbstständigen Lernen aufgetreten sind. Umso erstaunlicher finde ich es, dass die Studierenden sich anscheinend recht wohl fühlen. Wir machen ja, habe ich vorhin gesagt, regelmäßig anonyme Befragungen und ich bekomme da einmal super Noten. Das sind teilweise fast Honecker-Ergebnisse und ich lese auch sehr erfreuliche Kommentare, zum Beispiel den, den Sie hier sehen. Ich habe sogar einmal den Hamburger Lehrpreis bekommen. Der wird quasi von den Studierenden verliehen. Also die wählen das aus und sitzen in der Jury mit. Der geht normalerweise nicht an Mathematiker. Ein ehemaliger Kollege von mir hat mal im Scherz gesagt, unser Job sei eigentlich so etwas wie Infotainment. Und wenn das stimmt, dann fühlen sich die Studierenden bei mir anscheinend ganz gut unterhalten. Aber das entspricht nicht unbedingt dem, was ich mir eigentlich von dem Unterricht verspreche. Und dann ist die Frage, was erwarten die Studierenden eigentlich von dem Unterricht? Ist es ein Teil des Infotainments, dass ich Ihnen zeige, wofür man Mathematik braucht? Das war etwas, was ich gerade am Anfang meiner Zeit als Prof als Schlüssel gesehen habe. Anwendungen zeigen, weil wir ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind. Und wie Sie alle wissen, ist es ja nicht schwer, Anwendungen für die Mathematik zu zeigen. Also wenn man nur mal durchgeht, was beispielsweise passieren muss, damit die Studis einen Chat über WhatsApp machen können, fallen einem schon unzählige Beispiele ein, die auch teilweise in unserem Studium dann wieder vorkommen. Für die Verschlüsselung der Verbindung braucht man zahlentheoretische Methoden, dann gibt es fehlerkorrigierende Codes. In der Datenübertragung braucht man Algebra, um das zu verstehen. Bilder, Töne, Filme, das wird alles komprimiert, da braucht man Fourier-Analysis dafür und für andere Bereiche würde mir noch einfallen Grafentheorie, Stochastik, Linear, Algebra und so weiter. Also man kann natürlich wunderbar mit Anwendungen begründen, warum stehen wir hier und machen Mathematik. Das ist zwar einerseits richtig, aber andererseits ist es natürlich so, diese Programme muss ja auch irgendwer schreiben, die auf dem Computer laufen. Das machen die Informatiker. Die Chips müssen hergestellt werden. Soweit ich weiß, braucht man für die hochintegrierten Chips heutzutage Kenntnisse der Quantenmechanik, um die überhaupt noch bauen zu können. Standorterkennung mit Satelliten ist, glaube ich, nur mit allgemeiner Relativitätstheorie möglich. Die Kunststoffe, die in solchen Geräten sind, brauchen sie jahrzehntlich chemischer Forschung, dann brauchen sie Geologie, um die Rohstoffe überhaupt zu finden. Damit die ganzen internationalen Verträge abgeschlossen werden können, brauchen sie Volkswirtschaftler und Juristen und dann brauchen sie wahrscheinlich noch Psychologen, die das User Interface bauen, damit sie sich möglichst lange mit dem Programm beschäftigen. Die Realität ist eigentlich, dass jeder auch ohne Universitätsabschluss in Mathe, Physik und Chemie so ein Handy bedienen kann. Und die meisten Menschen kommen wunderbar ohne Mathematik durchs Leben und sogar durchs Berufsleben. Und das gilt nicht nur, wenn sie Designer sind oder Germanistin oder Theologe, sondern das gilt auch für sehr, sehr viele, die im MINT-Bereich arbeiten. Ich habe mir inzwischen zum Hobby gemacht, immer wenn ich mit Ingenieurinnen oder Informatikern zu tun habe, die zu fragen, wie viel Mathematik sie im Beruf brauchen. Und die Antworten sind in der Regel sehr, sehr ernüchternd. Ich habe hier mal so ein paar aufgeschrieben. Am schönsten finde ich eigentlich die erste, da hat mir mal jemand gesagt, das Komplizierteste an Mathematik im Job sei die Reisekostenabrechnung. Das war eine Informatikerin. Und das unten finde ich auch ganz schön. Ein Elektrotechniker hat mir gesagt, der Prof hat uns damals an der Tafel mal hergeleitet, wie man das ausrechnet. Und dann hat er uns aber davor gewarnt, das wirklich selbst zu machen und hat gesagt, wenn Sie das brauchen, dann gucken Sie in Tabellen nach. Das ist nicht so gefährlich. Darum glaube ich, dass die meisten Schülerinnen und Schüler und die meisten Studierenden diese Behauptung, Mathematik sei so unglaublich wichtig und unabdingbar für unsere moderne Welt als Bluff durchschauen, wenn der Bluff auch gut gemeint sein sollte. Es gibt hier so einen Artikel von der satirischen Website-Postilion, von dem ich hier mal ein Stück rauskopiert habe, in dem es von einer Matheverschwörung die Rede. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und übrigens, kleines Schmankerl am Rande, die Formeln, die da auf der Tafel stehen, die sind gar nicht alle aus dem Mathematikunterricht. Da haben die irgendwelche Physikformeln mit reingeschummelt. Entweder war das dem Fotografen wurscht oder er wusste es nicht besser. Und ich glaube, den meisten Leuten ist sowieso egal, was für Formeln das sind. Auf jeden Fall sind es Formeln, also ist es abschreckend. Also jedenfalls würde ich sagen, die meisten Studierenden spüren, dass diese Anwendungsbeispiele zwar manchmal interessantes Infotainment sind, aber dass realistische Anwendungen viel zu kompliziert sind, um sie später zu prüfen. Und bestenfalls wird dann vorsichtshalber noch sowas wie hier gefragt, ob man sich das bis zum Ende des Semesters merken muss oder ob man es gleich wieder vergessen darf. Das steckt ja in der Frage eigentlich drin. Denn eigentlich geht es ausschließlich um die Klausur am Ende. Anders als in der Schule gibt es bei uns ja keine mündlichen Noten und dank der Bologna-Reform darf es pro Modul auch nur eine Prüfung geben und auf diese eine Prüfung läuft alles hinaus. Und für die Mehrheit der Studierenden, die sowieso der Mathe-Vorlesung von Anfang an mit Angst und Abneigung begegnen, geht es einzig und allein darum, diese Klausur zu bestehen. Und der Unterschied zwischen einer 4, mit der man gerade noch so durchkommt und einer 1, die die meisten ohnehin für unerreichbar halten, macht dann später für die Gesamtnote auf dem Bachelorzeugnis eine Nachkommastelle aus. Also eigentlich ist es verständlich, dass man sich da übertriebenen Aufwand spart, wenn man nebenher noch ein halbes Dutzend anderer Fächer hat, die man vielleicht sogar interessanter findet, denn man will ja eigentlich zum Beispiel wie bei mir Informatik studieren und nicht Mathe. Ich habe ja mal auf der Folie geschrieben, Euclid soll ja vor über 2000 Jahren gesagt haben, es gebe keinen Königsweg zur Mathematik, aber ich glaube, die Studierenden hoffen alle, dass es doch wenigstens einen Königsweg zur Klausur gäbe. Und dass dieser Glaube weit verbreitet ist, kann man unter anderem an dem Erfolg von Büchern wie diesem hier sehen. Der wird in meinen Kreisen von vielen Leuten der Papula genannt. Jeder kennt das Buch. Das dürfte wohl das einzige deutschsprachige Mathebuch sein, von dem mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden. Ich bin da immer ganz neidisch. Ich wäre schon froh, wenn ich ein Prozent dieser Auflage hätte. Entscheidend für solche Zahlen ist mit ziemlicher Sicherheit, dass auf dem Untertitel zwar steht, dass es sich um ein Lehrbuch handelt, aber wenn Sie mich fragen, ist das kein Lehrbuch, sondern es ist eine Sammlung von sehr ausführlich vorgerechneten Beispielen in Rezeptform. Und das Zitat des Autors steht unten rechts, in erster Linie sollen meine Bücher den Studierenden helfen, ihre Klausuren zu bestehen. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zu dem, was ich vorhin über selbstständiges Denken sagte, mit weniger Aufwand kommt man zum Ziel, wenn man Rezepte abarbeiten kann. Das ist viel einfacher als selbstständig zu denken oder gar zu verstehen. Und als weiteren Beleg das natürlich völlig anonym und unter Wahrung des Datenschutzes hier noch ein Zitat aus dem engeren Familienkreis. Das mag alles aus Sicht der engagierten Lehrenden bedauerlich sein, aber ich finde diese Haltung auch so ein bisschen verständlich, wenn ich versuche, den Standpunkt der Studierenden einzunehmen. Dann muss ich mich nämlich fragen, ob die Studierenden überhaupt noch zum Studium passen. Dies ist hier so ein kleines Pseudo-Fan-Diagramm. Ich komme aus der Mengenlehre. Und das ist so gemeint, dass es eine offensichtliche Disparität gibt zwischen dem, was sich die Hochschulen klassischerweise unter einem Studium vorstellen und dem, was die Studierenden vom Studium erwarten. Was wir in den letzten 50 Jahren erleben konnten, ist ein extremer Anstieg der Studienanfängerquote. Der erste Sprung fand Anfang der 70er Jahre durch die sozialliberale Bildungsreform statt. Das hatte zur Folge, dass zu der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, etwa 20 Prozent eines Jahrgangs studierten. Das war damals im Vergleich zu den Jahrzehnten davor schon ziemlich viel. Inzwischen sind wir bei 60 Prozent angelangt und die Tendenz zeigt nach oben. Und das ist jetzt auch kein deutsches Phänomen, sondern das ist OECD-weit so. Da kann man jetzt über den Sinn streiten, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Das ist halt die Realität, vor der wir stehen. Und man kann, würde ich sagen, quasi von einer Studierpflicht sprechen. Die führt nach meinem Eindruck dazu, dass viele Studierende das Studium lediglich als so eine Art Fortsetzung der Schule wahrnehmen, in anderen Räumlichkeiten halt. Die Hochschulen sind aber andererseits ziemlich unbewegliche Tanker. Es gab Bologna und diverse andere Reformen, aber irgendwie gehen die immer noch von so einer Idealvorstellung aus, der mündigen, selbstständigen und insbesondere wissbegierigen Studierenden. Und meine Überzeugung ist, dass das eigentlich die Stelle ist, an der es hakt. Dazu kam passenderweise gerade Anfang dieser Woche die Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre des Wissenschaftsrats heraus. Und da kann man unter anderem entnehmen, dass gefordert wird, weniger Lehrveranstaltungen, weniger Prüfungen, mehr unbenotete Prüfungen und mehr formative statt summative Prüfungen, da musste ich erst mal nachgucken, weil ich kein Experte für sowas bin. Ich interpretiere das so, dass es mehr Freiwillige als obligatorische Prüfungen geben soll. Zum Thema Freiwillige Prüfungen habe ich ja vorhin schon was gesagt. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Aber ansonsten lasse ich das einfach mal so stehen. Vielleicht können wir darüber ja gleich noch diskutieren. Abgesehen davon bin ich mit meiner kleinen Reportage eigentlich fertig und komme jetzt abschließend zu den angekündigten Fragen, die ich mir regelmäßig stelle. Die Frage, die wir uns alle wohl immer wieder stellen, ist, wie man Mathematik schmackhaft machen kann. Ich habe dazu unten das YouTube-Logo eingeblendet, weil ich über dieses Medium die Erfahrung gemacht habe, dass man durchaus viele Menschen dazu bringen kann, sich freiwillig und gerne mit Mathematik zu beschäftigen. Aber die sind natürlich in einer anderen Situation als Schülerinnen und Schüler und Studierende. Insbesondere haben die keine Prüfungen vor sich. Was ich aber an der Stelle auch nicht versäumen will zu erwähnen, ist der Aspekt des Spielerischen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass ich skeptisch bin, wenn man versucht, Mathematik dadurch zu verkaufen, quasi, dass man mit den vielen Anwendungen angibt. Ich glaube, dass man damit eher die erreicht, die mehr an den Anwendungen als an der Mathematik dahinter interessiert sind. Aber es ist sicherlich so, dass Menschen jeglichen Alters gerne knobeln und spielen. Das scheint in unserer Natur zu liegen. Stichwort Homo Ludens. Und ein wunderbares Beispiel für mich ist das hier gezeigte Spiel Professor Layton. Das ist so ein Nintendo-Spiel, in das sehr geschickt viele kleine Rätsel eingebaut sind, die ich alle als reinrassige Mathematik bezeichnen würde, nur werden sie nicht als Mathematik annonciert. Meine Tochter, die jegliche Affinität zur Mathematik strikt leugnen würde, hat das früher mit großer Begeisterung gespielt. Und da können Sie jetzt auch den Bogen spannen zu ganz großen Mathematikern wie Paul R. Doesch oder John Conway, die ihr ganzes Leben lang die Mathematik als Spiel betrieben haben. Ich glaube, dass diese Herangehensweise in der Fachdidaktik zu wenig Beachtung findet. Dieser Aspekt, dass Mathematik einfach Fun sein kann. Spiel, Knobeln und so weiter. Aber es ist natürlich egal, wie schmackhaft die Mathematik auch ist. Die Schlange, auf die das Kaninchen startet, ist die Prüfung am Ende des Semesters. Und wenn jetzt sogar der Wissenschaftsrat die Prüfung abschaffen will, könnte man sich natürlich fragen, ob sich dadurch die Situation in der Mathematik verbessern würde. Wenn man keine Prüfung mehr hat, kann man dann ganz befreit mit lauter glücklichen Studierenden endlich richtige Mathematik durchnehmen? Oder würde stattdessen überhaupt niemand mehr kommen? Das ist ja die andere Frage. Und ein Aspekt, den ich dann vielleicht zumindest mal am Rande erwähnt haben möchte, welche langfristigen Auswirkungen auf die Arbeitsmarktchancen der Absolventen hätte es, wenn sie auf einmal in einem Studium studieren würden, in dem Mathematik nicht mehr vorkäme. Ich meine das jetzt nicht deswegen, weil man Mathematik im Job braucht, darüber habe ich ja schon gesprochen, sondern ich meine deswegen des Prüfungs- und Aussiebungsaspektes. Und wenn man prüft, wie kann man dann verhindern, dass man nur prüft, ob sich jemand gut auf die Prüfung vorbereitet hat? Wie kann man prüfen, ob etwas wirklich verstanden wurde? Ich glaube, das ist ja auch eine von den Fragen, mit denen Sie sich intensiv beschäftigt haben. Nächste Frage, reicht Verständnis alleine aus? Ich habe jetzt ja mehrfach die Fahne des Verständnisses hochgehalten. Oder braucht man nicht auch Übung und Technik? Also wie viel Zeit muss dann in der Lehre auch für den Erwerb von Routine veranschlagt werden? Oder etwas plakativer, vielleicht könnte man noch sagen, kann man komplexe mathematische Zusammenhänge verstehen, obwohl man nicht mal Brüche kürzen kann? Ich weiß es nicht. Und damit komme ich eigentlich zurück zu dem, was ich in diesem erwähnten Podcast mal gesagt habe. Sollte die Mathematik wie bisher Pflicht- und Grundlagenfach in so vielen verschiedenen Studienfächern sein? Ich habe ja vorhin ein paar genannt, Psychologie, Elektrotechnik und so weiter. Es heißt ja immer, die Studiengänge sollten sich mehr an den Bedürfnissen der Wirtschaft ausrichten. Und wenn ich das höre und gleichzeitig die Antworten von den Leuten höre, die im Berufsleben sind, dann müsste doch die Konsequenz sein, dass es viel weniger Mathematik an den Hochschulen geben müsste. Und die Frage ist, was dann noch übrig bleibt. Und daraus könnte man dann ja auch noch einen Schritt weiter zurückgehen und sich fragen, welchen Stellenwert dann die Mathematik an der Schule überhaupt noch haben soll. Wenn die große Mehrheit der Berufstätigen sagt, sie kommt mit den Grundrechenarten und Excel aus, warum muss dann jeder Abiturient die Kurbendiskussion beherrschen und dann sowieso wieder vergessen? Sie sehen, ich habe viele Fragen, aber keine Antworten. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich Ihnen zumindest einen kleinen Einblick in einen Teil der Hochschulmathematik geben konnte und zu Ihren Diskussionen beitragen konnte. und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus